Hey liebe Freunde da draußen, heute spreche ich mal über das Thema Schallplatte gegen Musik-CD. Weil ich ehrlich gesagt so ziemlich der Ansicht bin, dass die Schallplatte maßlos überschätzt ist, was die Klangqualität angeht und dafür dann aber wiederum die CD maßlos unterschätzt ist. Ich weiß, das ist ein Thema, das viel polarisiert, wo viele Menschen sagen, nein, ich habe da absolut andere Erfahrungen gemacht. Aber lasst uns doch heute mal einfach so ein bisschen unverbindlich über diese Thematik sprechen. Ich habe euch dazu auch ein bisschen was mitgebracht. Für alle, die das vielleicht noch kennen, Raumpatrouille Orion, der Soundtrack. Unglaublich, ein uraltes Ding. Ich habe es mir hier auf CD geholt, wollte das eigentlich auf Schallplatte haben, habe aber tatsächlich nicht darauf geachtet, dass das hier die Musik-CD ist. Naja, komm, für 3-4 Euro aus dem Hause Medimops, denke ich, ist es auch auf CD völlig in Ordnung. Und ich bin ja wirklich so jemand, der mittlerweile mit über 10.000 CDs eine ordentliche Musiksammlung angehäuft hat, wo ich auch echt sagen muss, hey, einfach ein klasse Medium, einfach mal in den CD-Spieler reingerorfen und unverbindlich. Ein paar Songs gehört, man kann wunderbar durchskippen, alles schön und gut. Jetzt ist es aber so, dass es viele da draußen gibt, die wirklich der festen Überzeugung sind. Alles klar, Malte, schön und gut, du mit deinen CDs, alles ganz lustig. Aber die Schallplatte ist eigentlich das Medium, auf dem wirklich alles besser klingt, ja. Und überhaupt ist es wirklich das Ding to go, ja. Und ich bin so jemand, der jetzt in einigen Foren unterwegs war und sich das Ganze einfach mal ein bisschen näher angeschaut hat. Was ist eigentlich mit diesen Schallplatten los? Warum ist es eigentlich nach wie vor ein Medium, das extrem gefragt ist, obwohl das ja wirklich riesige Oschis sind, ja. Und ganz ehrlich, wisst ihr, ich will euch mal eine Sache verraten. Und das gleich mal vorweg, bevor dieses Video überhaupt richtig losgeht. Nein, die Schallplatte klingt nicht besser als eine CD. Das ist eine Aussage, die stimmt erstmal so grundsätzlich nicht. Denn wir müssen uns viele, viele verschiedene Faktoren angucken. Also es gibt sicherlich auch schlecht gemachte Schallplatten, es gibt sicherlich auch gut gemachte CDs und umgekehrt. Also so prinzipiell die Aussage finde ich da wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und das ist halt auch so ein Punkt, wenn man sich da mal einfach verschiedene Foren reinzieht, dann wird man relativ schnell feststellen, dass eine Schallplatte durchaus besser klingen kann als eine CD, aber nur unter absolut speziellen Voraussetzungen. Also ich habe da mal so einen Blick reingeworfen, es gibt Audio viele Menschen, die wirklich zehntausende Euros in Plattenspieler, in Verstärker, in Entstörer, in Kabel, in alles mögliche investieren. Ja, gut, okay. Und wenn dann eine Platte natürlich besser klingt als eine CD oder eine MP3 hier bei mir am PC, dann liegt das in der Natur der Sache. Aber ob das dann doch wirklich was mit der Schallplatte an sich zu tun hat oder mit der Technik dahinter, das sei dann mal wirklich so dahingestellt. Also ich habe eher das Gefühl, dass es bei der Schallplatte eher um, ja, das Gefühl dahinter geht. Also vielmehr darum, ich habe hier wirklich ein schönes Cover. Ich habe eine schöne Hülle. Ich habe einen großen Tonträger. Ich muss das Ganze zelebrieren. Ja, ich lege eine Platte auf, ich lege den Arm auf den Plattenspieler, bin vielleicht auch mehr oder weniger dazu gezwungen, erst mal zwei, drei Songs in der richtigen Reihenfolge, wie es die Platte vorgibt zu hören, bevor ich zu dem komme, was ich hören möchte. Also das hier würde ich jetzt mal sagen, ist definitiv eher etwas für Menschen, die Musik zelebrieren. Das ist halt so das Ding. Vielleicht auch für viele, die das aus der Kindheit kennen und jetzt die Möglichkeit haben, sich damit auszutoben, denn Platten sind ja nach wie vor neu auch nicht besonders günstig. Bei den CDs, finde ich, ist es leider mittlerweile so ein Punkt, der wirklich massiv unterschätzt ist. Es gibt keine nennenswert große CD-Community und das ist so ein Punkt, den finde ich einfach total schade, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass das hier ein ganz, ganz tolles Medium ist. Jetzt ist es natürlich so, im Gegensatz zur Platte hast du halt deinen Plastikcase Du hast deinen Plastiktonträger, irgendwie ist es definitiv was anderes. Und das hat halt einfach nicht so dieses Feeling, das muss ich halt wirklich auch zugeben, man steckt diese CD halt in sein Laufwerk rein, lässt es laufen, skippt durch. Das ist definitiv nicht das gleiche wie bei einer Schallplatte. Aber woher dann immer diese Aussage kommt, das würde grundsätzlich schlechter klingen als eine Schallplatte, weil auf einer CD ist komprimierte Musik drauf und auf einer Schallplatte nicht. Freunde, das mag alles sein, schön und gut, aber ich bin immer noch der festen Meinung, es kommt wirklich darauf an, wie die Aufnahme gestaltet ist. Auch das ist ja nochmal so ein Ding. Ich hatte ja eingangs erwähnt, auf einer Schallplatte kann es furchtbar klingen, hier kann es auch furchtbar klingen und umgekehrt, ja, kommt halt immer auch darauf an, durch was ich das Ganze dann jage. Aber so prinzipiell so eine Aussage zu treffen, finde ich schwierig. Und wisst ihr, eine Sache will ich euch mal sagen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die CD grundsätzlich als Medium der Schallplatte überlegen ist. Wenn es natürlich darum geht, das Ganze zu zelebrieren, da Spaß mitzuhaben, da Freude dran zu haben, zu sagen, hey, ich habe in alten Kartons rumgewühlt, habe was Interessantes gefunden, habe es auf meinen Plattenteller gelegt, etc. pp. Dann ist das wirklich was anderes. Wenn ich natürlich einen emotionalen Wert dann vergleiche, ja, da würde ich auch sagen, da hat so eine Schallplatte definitiv mehr zu bieten. Das ist wirklich, ja, eine kleine Feier. Das ist ein kleines Fest, wenn man da einfach was auflegt. Und das ist einfach was anderes, als wenn man eine CD reinschmeißt, muss ich wirklich sagen. Aber allein aus technischen Aspekten, finde ich, hat die CD definitiv die Nase vorne. Und das ist für mich so ein Mythos, den viele da draußen immer noch von sich geben. Ja, die CD hält ja nicht. Also, ich habe CDs aus den 80ern, Freunde. Ich weiß nicht mehr genau, wann die CD erfunden wurde. Ich habe aber wirklich uralte CDs im Original, wenn es nicht darum geht, dass die CDs gebrannt sind. Und die funktionieren heute immer noch genauso wie damals. Also, da gibt es wirklich gar kein Problem. Und die Schallplatte, das muss ich ja wirklich auch so sagen, die ist ja mitunter noch viel älter. Und auch die Tonträger funktionieren heute immer noch so. Ich meine, wenn es natürlich dann extrem abgenutzt ist, ist es was anderes. Aber so grundsätzlich laufen die Platten auch noch. Und die würde ich sogar in Erhaltbarkeit noch unter der CD ansetzen. Und die laufen immer noch. Also, das ist halt auch so ein Ding. Und da kommen wir eigentlich zur Conclusio des Ganzen. Ich finde, beide Medien haben definitiv ihre Berechtigung. Die Schallplatte kann man natürlich schöner zelebrieren, als wenn man sich abends einfach mal eine CD reinschmeißt. Aber so unterm Strich, finde ich, hat die CD für mich, ehrlich gesagt, die Nase vorne. Allerdings, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ist es natürlich schöner, über einen Plattenspieler zu sprechen, als über einen CD-Spieler. Alleine wenn es schon darum geht, sich zu überlegen, welchen Tonabnehmer man nehmen möchte. Oder sich einfach mal darüber unterhält, hey, ich habe einen 30 Jahre alten Plattenspieler, der funktioniert immer noch. Oder wo kriege ich dann hier noch Teile? Das ist so das Ganze drumherum. Ich weiß aber manchmal nicht, ob während dieses Ganze drumherum stattfindet, die Musik am Ende des Tages nicht zu kurz kommt. Und da verabschiedet sich die CD, weil hier geht es eigentlich nur um die Musik. Ich fahre das Ding rein, starte es, skippe es vielleicht durch, höre mir den Song, an den ich möchte. Und dann läuft das. Es geht um die Musik. Beim Plattenspieler geht es in meinen Augen oftmals zu einem großen Teil um das Gesamte drumherum. Das kann man natürlich auch feiern, das kann man auch zelebrieren. Aber manchmal ist es dann für mich so, dass diese Diskussion in den Vordergrund rückt und das Gespräch und die Diskussion um die Musik dann eher in den Hintergrund. Und wenn es aber eigentlich um Musik geht, möchte ich, dass die Musik im Vordergrund steht. Und um nochmal auf das Thema zu kommen, was den Klang angeht. Komprimiert oder umkomprimiert, ich weiß, es ist schwierig. Jeder hat da natürlich ein anderes Ohr, jeder hat natürlich ein anderes Gehör dafür, das ist ganz klar. Aber ich denke, die wenigsten von uns kommen wirklich ernsthaft in den Genuss, Lautsprecher für Abertausende Euros regelmäßig auszuprobieren, um dann zu ermitteln, was besser klingt. Mit einer Platte, die sich unterschiedlich abnutzt, auch in einem unterschiedlichen Raum. Also das sind insgesamt für mich alles so Parameter, da kommen die wenigsten Menschen sowieso hin. Und zweitens stellt sich halt die Frage, ob das wirklich so sein muss, um einen positiven Hörgenuss zu etablieren. Denn viele sprechen ja davon, wir wollen die Musik so hören, wie es sich die Künstler gedacht haben. Aber die Künstler haben ja nicht die Platte gemacht. Also wenn man sich mal wirklich so anschaut, und das ist bei der CD ja auch das Gleiche bei dem Hörgenuss. Die Künstler spielen die Musik ein und die Tontechniker und alles, was dahinter ist, kümmern sich dann darum, dass das entsprechend auf den Tonträger kommt. Egal, ob es eine Platte ist, ob es ein MP3-Download ist oder eine CD. Also wissen wir genau gar nicht, ob das so ist, wie die Künstler sich das vorgestellt haben. Und es ist halt wirklich auch die Frage, ob wir das wirklich so brauchen oder ob wir einfach nur die Musik genießen wollen. Also ich finde Musik einfach auch schön, die nochmal so ein bisschen Interpretationsspielraum lässt. Und ich mir halt nicht Gedanken darüber machen muss, welchen Tonabnehmer möchte ich auf meinem Plattenspieler haben. Und welche Lautsprecher klemme ich dahinter mit allen möglichen Dingen. Mir, wie gesagt, geht es um die Musik an sich. Und da hat für mich die CD zumindest die Nase vorne. Trotz allem habe ich viel Freude an Schallplatten. Weil manchmal geht es auch darum zu gucken, wie lege ich das auf, in welcher Reihenfolge, entdecke ich vielleicht auch mal neue Musik, habe ich Spaß an so einem Plattencover. Da bin ich dann doch eher bei der Schallplatte. Aber was jetzt wirklich besser klingt oder nicht, ist einfach von der Aufnahme abhängig und weniger von dem Medium. Davon bin ich fest überzeugt. Und in dem Sinn, liebe Leute, bin ich raus aus dem Video. Habt einen schönen Tag. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, was sich hinter L. Stewart und den Time Passages verbirgt. Wir werden es sehen. In dem Sinn bin ich raus aus dem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal dann.